Hallo ihr Lieben, ich habe jetzt Chris Prinz und ich habe das große Vergnügen, dich jetzt schon zum x-ten Mal interviewen zu dürfen für Webchannel TV. Du hast ja jetzt ganz neue Projekte, gerade so in der Planung und zwar jetzt auch diesmal so im Hintergrund eher. Ja, also mein zweites Studioalbum erscheint im Frühjahr 2016 und das ist einfach erstmal die größte Headline der ganzen Geschichte. Das heißt, wir sind im Studio, nehmen das Album auf, machen es komplett fertig und da ist halt super, super viel Arbeit. Und dann kommt dazu, dass ich mich halt noch entschlossen habe, das Album in Eigenregie rauszubringen. Und von daher habe ich halt jetzt die Arbeit eines Künstlers und die Arbeit einer Plattenfirma, alles in der Backe, wenig geschlafen die letzten Monate. Was man dir natürlich nicht ansieht, Chris. Dankeschön. Ich würde jetzt behaupten können, es ist die Schminke, aber ich habe ja keine drauf. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? Auf welche Idee? Das ist mit der Plattenfirma, auf Plattenlabel. Weil ich irgendwie, also ich habe mein Leben lang jetzt gelogen, aber ich bin ja ganz normal in der Arbeitswelt gewesen. Und ich war, also ich bin aus dem Immobilienbereich, ist leider so ein Berufszweig, der nicht ganz so beliebt ist, aber ich bin, rein wenn es so um BWL-Kenntnisse geht, rein um wirtschaftliche Kenntnisse, rein um Strukturiertheit, war ich schon immer ganz gut aufgestellt. Also von Ahnung her, ich habe es halt gelernt. Und dann war ich gleichzeitig der Künstler, also es ist wieder schizophren. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, meine Stärken oder auch das, was ich liebe und auch Leidenschaft mache, miteinander zu verbinden. Das heißt, ich kann jetzt den kreativen Posten des Chris Prince übernehmen und den wirtschaftlichen Posten der Plattenfirma. Und das ist super schwierig und gleichzeitig extrem geil. Kommen wir zum Jahr 2016. Es ist ja noch relativ jung. Was hast du dir für dieses Jahr vorgenommen? Ja, extrem viel. Also wie ich schon erzählt habe oder wie du schon angedeutet hast, ich habe das Jahr 2015 eigentlich nur im Hintergrund verbracht. Das heißt, ich war sehr, sehr lange im Studio. Ich habe meine Songs ja komplett selber geschrieben, komplett selber komponiert oder zumindestens, also beim Komponieren hatte ich ein Team um mich rum, beim Produzieren auch. Aber war bei jedem Schritt dabei. Also beim Album gibt es keinen Augenblick, den ich nicht mit begleitet habe oder sogar selber gemacht habe. Das heißt, 2015 war sehr, sehr anstrengend im Hintergrund und jetzt will ich ja 2016 alles, was wir vorbereitet haben, nach außen bringen. Das heißt, jetzt kommt, ich weiß ja nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber wahrscheinlich ein paar Tage oder eine Woche später kommt dann endlich die erste Single, die erste Videoauskopplung. Dann haben wir eine Dokumentation, die ist schon gedreht, komplett fertig. Die wird dann auch ausgestrahlt in vier Teilen. Das verrate ich dir gerade auch zum ersten Mal. Wir haben echt viele spannende Sachen vorbereitet, auch gerade via Social Media haben wir viel, viel gemacht. Und dann hoffe ich, dass die Redakteure in den TV-Sendungen mir halt auch eine Chance geben, mich zu präsentieren, dass ich dort auch stattfinden werde, genauso wie im Radio. Und wenn das alles so funktioniert, dann werden wir uns noch des Öfteren sehen. Chris, wir glauben an dich, es geht jetzt Schlag auf Schlag. Vielen Dank. Danke dir. 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 Vielen Dank.